Hi und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und wie ihr seht bin ich mal wieder komplett ungeschminkt aber dieses mal werde ich mal wieder ein Get Ready With Me machen und zwar haben sich so viele von euch gewünscht, dass ich mal ein Get Ready With Me mal wieder mache und gerade jetzt würde es sich am meisten lohnen, ich bin nämlich hier auf dem Coachella Festival heute ist Tag Nummer 2 und ich dachte ich mache mich einfach mit euch vor der Kamera fertig ich zeige was ich anziehe, ich zeige wie ich mich schminke und so weiter und so fort und dann würde ich auch direkt sagen, wir fangen mal an und ganz viel Spaß dabei und dann würde ich auf euch verabschieden, ich bin nämlich hier voll und dann würde ich gerne mal wieder verabschieden, jetzt bin ich mir mal wieder bis zum nächsten Mal wieder Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.